Voyage to go History. Der Weg war das Ziel, dabei sein war alles. Hallo, mein Name ist Jessica. Herzlich willkommen zur 15. Folge meines historischen Reisepodcasts Voyage to go History, mit dem ich euch mitnehme auf die abenteuerlichsten Reisen, die uns aus der Vergangenheit überliefert sind und die unseren Blick auf die Welt bis heute bestimmen. In dieser wahren Geschichte, die ich euch erzähle, reisen wir in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit dem jungen Georg Forster auf dem Segelschiff Resolution unter dem Kommando von Captain Cook in die Südsee und um die Welt. Derzeit ankert die HMS Resolution vor der Südinsel von Neuseeland. Georgs Vater sollte auf Wunsch der britischen Admiralität an der zweiten Südseereise von James Cook teilnehmen, einen wissenschaftlichen Bericht über die Reise schreiben und ihn nach der Rückkehr veröffentlichen. Der Vater stimmte zu unter der Bedingung, dass sein erst 17-jähriger Sohn Georg als Zeichner und wissenschaftlicher Assistent mitkommen durfte. Nach mehr als drei Jahren kehrten sie von dieser Reise zurück. Georgs Reisebericht gilt nicht nur als Anfang der modernen deutschen Reiseliteratur. Er hatte auch großen Einfluss auf Alexander von Humboldt, der Forster als sein Vorbild bezeichnete und ihn auf mehreren Reisen begleitete. Außerdem beeinflusste er viele spätere Ethnologen. Seine Reiseerzählung ist im Deutsch von Goethe geschrieben. Um es verständlicher zu machen, habe ich es weitgehend in heutiges Deutsch übertragen. Georg Forsters Wissen stammt aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Deshalb wird uns im Voyage to Go History Podcast ein KI-Erzähler zusätzliche Informationen und Hilfestellungen geben. In der letzten Folge der Reise setzten die Abenteurer versehentlich beim Landgang einen Berg in Brand. Dann wollten sie endlich von Neuseeland fortsegeln, schafften es aber nicht. Captain Cook wurde krank und Georg Forster wurde bei einem Ausflug an Land von einem Orkan überrascht und musste dort eine elende Nacht im Sturm verbringen. Donnerstag, 6. Mai 1773, Long Island, Neuseeland. Endlich ließ der Sturm gegen 6 Uhr morgens nach und sobald es hell wurde, gingen sie zurück ins Boot und erreichten bald darauf das Schiff, das glücklicherweise unbeschädigt geblieben war, aber wegen des Sturms die Segel und Masten hatte einholen müssen. Der Meeresabschnitt, den sie nun skizzierten, wurde wegen der schrecklichen Nacht, die sie dort erlebt hatten und der nassen Jacken, die sie sich eingeholt hatten, Wet Jacket Arm genannt. Nun blieb nur noch ein einziger Meeresabschnitt übrig, den sie untersuchen mussten und da der Kapitän sich jetzt ziemlich erholt hatte, machte er sich sofort nach ihrer Rückkehr auf, um diese letzte Aufgabe in dieser Gegend selbst zu übernehmen. Etwa zehn Meilen von der Mündung entfernt konnte man fast das Ende dieses Abends sehen und es gab hier, wie in dem von gestern, viele gute Häfen, frisches Wasser, Holz, Fisch und Wildvögel. Auf dem Rückweg mussten die Leute bei starken Wind gegen den Wind arbeiten und kamen erst um neun Uhr abends völlig durchnässt an Bord. Freitag, 7. Mai 1773, Long Island. Am Morgen war die Luft klar, aber der Wind blies ihnen entgegen, weswegen sie wieder nicht absegeln konnten. Rasegler können grundsätzlich auch bei Gegenwind segeln, jedoch ist ihre Effizienz bei dieser Segelrichtung begrenzt. Rasegelboote sind traditionelle Segelschiffe, die ihre Segel quer zur Längsachse des Bootes haben, im Gegensatz zu modernen Segelschiffen, die meistens Schwarzsegel verwenden, die parallel zur Längsachse des Bootes angeordnet sind. Bei Gegenwind müssen Rasegelboote in der Regel mehrmals kreuzen, um gegen den Wind zu segeln. Dabei werden die Segel so eingestellt, dass sie den Wind von der Seite aufnehmen können und das Boot in einem Winkel zur Windrichtung segelt. Durch das Hin- und Herschwenken des Rumpfes können Rasegler allmählich gegen den Wind vorankommen, aber dieser Kurs erfordert mehr Zeit und Anstrengung als das Siegeln mit dem Wind. Deshalb beschloss der Kapitän, zum neuen Meeresabschnitt zurückzukehren, um Vögel zu jagen, und Georg und sein Vater begleiteten ihn dorthin. Die Jagd dauerte den ganzen Tag und war ziemlich ergiebig, während einige Offiziere, die in einem anderen Gebiet jagen wollten, fast leer zurückkehrten. Aufgrund des immer noch aus westlicher Richtung und ziemlich starken Windes beschloss der Kapitän auch am nächsten Tag nicht, auf See zu gehen. Stattdessen ließ er sich am Nachmittag, als das Wetter etwas milder wurde, auf eine Insel vor dem Eingang des Kanals überfahren, auf der sich eine Menge Seehunde befanden. Mit Hilfe seiner Mannschaft erschoss er zehn Stück, konnte aber aufgrund des begrenzten Platzes nur fünf davon an Bord bringen und musste die übrigen vorerst dort lassen. Sonntag, 9. Mai 1773, Long Island, in der Dusky Bay. In der Nacht fiel so viel Schnee, dass am nächsten Morgen die Berge fast bis zur Hälfte bedeckt waren und es daher aussah, als sei der Winter nun endgültig da. Das Wetter war klar, aber die Luft war scharf und kalt. Da jedoch der Wind günstig war, ließ der Kapitän die Anker lichten und schickte in der Zwischenzeit ein Boot los, um die gestern zurückgelassenen Seehunde abzuholen. Sobald diese an Bord waren, segelten sie aus Dusky Bay ab und befanden sich um die Mittagszeit bereits außerhalb des Landes auf offener See. Sie hatten nun sechs Wochen und vier Tage hier verbracht, stets ausreichend frische Lebensmittel gehabt, fleißig gearbeitet und es nicht an Bewegung mangeln lassen. Dies alles hatte zweifellos zur Genesung derjenigen beigetragen, die bei ihrer Ankunft ans Korbut litten und zur Stärkung der anderen. Ohne das aus Fichtennadeln gebraute Bier wären sie jedoch wahrscheinlich nicht so gesund und frisch geblieben, denn das Klima in Dusky Bay war, um die Wahrheit zu sagen, nicht das Beste. Zumindest kann man es nicht als gesund bezeichnen, da sie während ihres Aufenthalts hier nur eine Woche lang anhaltend gutes Wetter hatten, während es die ganze übrige Zeit fast ununterbrochen regnete. Trotzdem schien dieses Wetter ihren Leuten weniger zu schaden als Angehörigen anderer Nationen, denn der Engländer ist von seinem Heimatland aus eine feuchte Luft gewöhnt. Ein weiterer Nachteil von Dusky Bay ist, dass es dort weder wilden Sellerien noch Brunnenkresse noch andere antiskorbutische Kräuter gibt, die jedoch in anderen Gegenden von Neuseeland häufig anzutreffen sind. Ebenso unangenehm ist, dass die Stechmücken hier sehr lästig sind und mit ihrem giftigen Stich, wirklich, Blattern-ähnliche Geschwüre verursachen können. Blattern ist eine alte Bezeichnung für die Krankheit Pocken. Die Pocken sind eine hoch ansteckende Infektionskrankheit, die durch das Variola-Virus verursacht wird. Die Krankheit äußert sich durch das Auftreten von Hautrausschlägen in Form von roten Flecken, die sich zu Blasen und später zu Krusten entwickeln. Historisch gesehen war die Pockenkrankheit eine der verheerendsten Krankheiten und verursachte zahllose Todesfälle, bevor sie durch umfassende Impfkampagnen weltweit ausgerottet wurde. Außerdem gibt es hier nur Wald, der überall undurchdringlich ist und die Berge sind extrem steil und können daher nicht bewirtschaftet werden. Diese Unannehmlichkeiten belasten vor allem die Einwohner des Landes mehr als die Seefahrer, die nur für kurze Zeit hier vor Anker gehen, um sich zu erholen. Für solche Reisenden wird das Gebet trotz all dieser Unannehmlichkeiten immer einer der besten Zufluchtsorte sein, insbesondere wenn sie, wie sie selbst mit der Resolution, lange Zeit ohne Land in offener See und unter ständiger Anstrengung verbracht haben sollten. Die Einfahrt ist sicher und es gibt nirgendwo Gefahren, die man nicht über Wasser sehen könnte. Außerdem gibt es überall so viele Häfen und Buchten, dass es unmöglich ist, wegen eines Ankerplatzes in Verlegenheit zu geraten, an dem man nicht genug Holz, Wasser, Fisch und Wildvögel finden würde. Sobald das Boot mit den Seehunden zurückgekommen war, steuerten sie bei hohen Wellen aus Südwesten und begleitet von ganzen Schwärmen roßbrauner Albatrosse und blauer Sturmvögel gen Norden. Je weiter sie an der Küste entlang kamen, desto niedriger schienen die Berge zu werden und innerhalb der ersten 24 Stunden stieg das Thermometer bereits um 13,5 Grad Celsius. Freitag, 14. Mai, 1773, Cape Foulwind, Neuseeland. In der Gegend von Cape Foulwind, wo sie sich heute befanden, hörte der gute Wind auf und wurde ihnen, gleichsam um den Namen des Cups wahrzumachen, völlig entgegengesetzt. Denn Cape Foulwind bedeutet auf Deutsch Kap der schlechten Winde. Am 16. Mai stürmte es den ganzen Tag und sie lagen die ganze Zeit dicht unter Rocks Point still. Um 4 Uhr des folgenden Morgens segelten sie mit gutem Wind ostwärts und waren um 8 Uhr genau gegenüber von Cape Farewell. Das Land sah dort an der Küste flach und sandig aus, jedoch ragten im Landesinneren hohe Berge mit schneebedeckten Gipfeln empor. Ganze Schwärme kleiner Sturmtaucher flatterten oder schwammen auf der See herum und tauchten teilweise mit bewundernswerter Geschwindigkeit weit unter Wasser. Am Nachmittag um 4 Uhr, als sie sich ungefähr neben Cape Stephens befanden, spürten sie kaum oder gar keinen Wind mehr. Zu dieser Zeit sahen sie im Südwesten dicke Wolken und auf der Südseite des Cups regnete es. Es dauerte nicht lange, bis sie dort plötzlich einen weißlichen Fleck auf der See sahen, aus dem eine Wassersäule emporstieg, die wie eine gläserne Röhre aussah. Eine andere, ähnliche Dunstsäule senkte sich aus den Wolken herab und schien sich mit der ersten vereinigen zu wollen. Tatsächlich geschah dies auch und so entstand das Phänomen, dass Wasserhose, Trombe oder Wasserstrudel genannt wird. Kurz darauf sahen sie drei weitere solche Säulen entstehen, die genau wie die erste waren. Die nächste war etwa 5 Kilometer von ihnen entfernt und mochte am Fuß ungefähr 130 Meter dick sein. Das Thermometer stand bei 13,5 Grad, als sich dieses Phänomen zu formen begann. Da die Natur und Ursache desselben bisher noch wenig bekannt waren, waren sie auf alle, sogar auf die geringsten Umstände aufmerksam, die sich dabei ereigneten. Die Basis der Säulen, an denen das Wasser sich heftig bewegte und in gewundener Richtung wie ein Dunst aufstieg, nahm einen großen Raum auf der See ein, der, wenn die Sonne darauf schien, schön und gelblich in die Augen fiel. Die Säulen selbst hatten eine zylindrische Form, waren aber oben dicker als unten. Sie bewegten sich ziemlich schnell auf der Oberfläche des Meeres, aber da die Wolken ihnen nicht in gleicher Geschwindigkeit folgten, bekamen sie eine gebogene und schräge Richtung. Oft gingen sie aneinander vorbei, die eine hier, die andere dort. Da es jetzt windstill war, schlossen sie aus dieser verschiedenen Bewegung der Wasserhosen, dass jede von ihnen einen eigenen Wind erzeugen oder davon getrieben werden müsse. Schließlich brachen sie nacheinander, vermutlich weil der obere Teil sich gewöhnlich langsamer bewegte als der untere und die Säule daher zu krumm und zu lang wurde. In dem Maße, wie die schwarzen Wolken näher kamen, bildeten sich kurze, gekräuselte Wellen auf der See und der Wind drehte sich um den ganzen Kompass herum, ohne sich in eine Richtung festzusetzen. Kurz danach sahen sie, dass sich an einer Stelle 360 Meter weit von ihnen entfernt die See heftig bewegte. Das Wasser kräuselte sich dort aus einem Bereich 100 Meter zusammen und zerstäubte dann in Dunst, der durch die Gewalt der wirbelnden Bewegung wie eine gewundene Säule gegen die Wolken emporgetrieben wurde. Um diese Zeit fiel etwas Hagel auf das Schiff und die Wolken über ihnen hatten ein schrecklich schwarzes und schweres Aussehen. Direkt über diesem Wasserwirbel senkte sich eine Wolke langsam herab und nahm allmählich die Form einer langen, dünnen Röhre an. Diese schien sich mit dem Dunstwirbel vereinigen zu wollen, der inzwischen hoch aus dem Wasser aufgestiegen war. Es dauerte auch nicht lange, bis sie tatsächlich miteinander verschmolzen und eine gerade, aufsteigende, zylindrische Säule bildeten. Man konnte deutlich sehen, wie das Wasser innerhalb des Wirbels mit Gewalt nach oben gerissen wurde und es schien, als ob es einen hohlen Zwischenraum in der Mitte gäbe. Auch schien es ihnen, als ob das Wasser keine Dichte, sondern nur eine hohle Säule bildete. Und in dieser Vermutung wurden sie durch seine Farbe bestärkt, die einer durchsichtigen, gläsernen Röhre völlig ähnlich war. Kurz darauf neigte sich auch diese letzte Wasserhose und brach wie die anderen, nur dass bei ihrem Zerfall ein Blitz zu sehen war, dem jedoch kein Donnerschlag folgte. Die gesamte Zeit über befanden sie sich in einer äußerst gefährlichen und beunruhigenden Lage, die schreckliche Majestät eines Phänomens, das See und Wolken vereinte, verunsicherte selbst ihre erfahrensten Seeleute. Sie wussten kaum, was sie tun oder lassen sollten, denn obwohl die meisten von ihnen solche Wasserhosen schon früher aus der Ferne gesehen hatten, waren sie noch nie so von ihnen umgeben gewesen wie dieses Mal. Und jeder wusste, furchterregende Geschichten zu erzählen, was für schreckliche Verwüstungen sie anrichteten, wenn sie über ein Schiff hinweggezogen oder sich dagegen brachen. Sie bereiteten sich auch wirklich auf das Schlimmste vor, holten ihre Stänge und Segelstangen ein. Doch war jeder der Meinung, dass dies sie wenig schützen, sondern Masten und Segelstangen zerstören würde, wenn sie in den Wirbel geraten sollten. Zwar wollte man wissen, dass Kanonenschüsse durch die starke Erschütterung in der Luft solche Wasserhosen zu zerstören pflegten, daher wurde angeordnet, dass ein Vierpfünder bereitgehalten werden solle, Da die Leute jedoch, wie üblich, lange damit zubrachten, war die Gefahr vorbei, bevor der Versuch unternommen werden konnte. Inwieweit Elektrizität als Ursache dieses Phänomens angesehen werden kann, konnten sie nicht genau bestimmen. Aber dass sie überhaupt daran beteiligt sein muss, lässt sich aus dem Blitzschlag schließen, der beim Zerfall der letzten Wassersäule deutlich zu sehen war. Damals wusste man noch nicht, wie solche Windhosen oder Tornados entstehen. Ein Tornado entsteht in der Regel aus einer bestimmten Art von Gewittern, die als Superzellen bezeichnet werden. Superzellen sind stark rotierende Gewitter, die durch eine Kombination aus instabilen atmosphärischen Bedingungen und starkem Scherwind in der Atmosphäre entstehen. Von der Entstehung der ersten bis zum Ende der letzten vergingen drei Viertelstunden. So sehr sie auch gehofft hatten, bei dieser Gelegenheit einige besondere Entdeckungen über dieses Phänomen zu machen, so wenig gelang es ihnen jedoch. Ihre Beobachtungen dienen jedoch zumindest dazu, zu bestätigen, was andere bereits beobachtet haben und worüber sich Dr. Benjamin Franklin bereits ausführlich geäußert hat. Seine ausgeklügelte Hypothese, dass Wirbelwinde und Wasserhosen denselben Ursprung haben, wird durch ihre Beobachtung keineswegs geschwächt. Und sie verweisen ihre philosophischen Hörer und Leser auf seine Schriften, in denen die vollständigsten und besten Informationen über dieses Phänomen zu finden sind. Damit geht der 15. Teil von Georg Forsters Reise um die Welt auf dem Schiff Resolution unter dem Kommando von James Cook zu Ende. Diesen Podcast findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und auf YouTube. Über Feedback freue ich mich. Ihr findet die Kontakte dazu für X, Threads, Mastodon und Facebook in den Shownotes. Wer auch in der Gegenwart mit mir unterwegs sein möchte, dem empfehle ich meinen Reise-Podcast Voyage to Go. Dort nehme ich euch mit auf meine aktuellen Reisen, zum Beispiel mit dem Motorrad über die kolumbianischen Anden, an Bord eines Dreimaster-Segelschulschiffs, in den Dschungel von Sumatra oder auf eine Reise von Küste zu Küste durch die USA. Das alles findet ihr am Podcast Voyage to Go, den ihr überall hören könnt, wo es Podcasts gibt. Die Links dazu packe ich euch in die Shownotes. Das war also meine 15. Folge unserer Reise um die Welt mit Georg Forster, Captain Cook und der Resolution, auf der wir in den kommenden Wochen gemeinsam weiterhin unterwegs sein werden. Ich hoffe, wir reisen noch ein Stück zusammen, denn der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles.